immer schön gebückt laufen wichtig wichtig die türen gut zu machen auch fuchs und dachs gucken sich hier gerne mal um kommen wir zum obergeschoss für meine gäste ja welches bett darf es denn sein hier oder vielleicht hier oder hier ja das ist mein reich geht auch unkomfortabler also ich bin begeistert richtig cool die luke macht man anscheinend zu wie der alte almüi weiß damit die wärme nicht nach oben so bevor mein feuer hier völlig weg ist schnell wasser aufsetzen und dann sehen uns später